Der Streit Einige Kinder aus den ersten Klassen werden von den größeren Kindern oft geärgert. Na ihr kleinen Zwerge? Hey, hört auf! Was ist hier los? Weil die Kinder, die geärgert werden, sich in der Schule nicht mehr wohl fühlen, gehen sie zum Klassensprecher. Die Großen haben uns geärgert! Der versucht natürlich gleich, den Streit zu schlichten. Ich hab gehört, ihr ärgert die Kleinen. Wieso sollten wir auf euch hören? Kann auch der Klassensprecher den Streit nicht schlichten, muss es durch die Schulsozialarbeitung geregelt werden. Können sie uns helfen? Wir kommen irgendwie nicht mit den Großen zurecht. Kommt mit, ich regle das sofort! Diese bringt die Kinder zur Vernunft, indem sie ihnen durch eine tolle Projektarbeit die jeweiligen Stärken und Schwächen aufweist. Es tut uns leid.